was in dieser folge geschehen wird ist das geil ist das geil stop freunde bevor man den video startet und ihr auch bock habt bei ein fortnite kurz zum rollt wie du dabei sein wollt dann kommt einfach in meinen discord erste link video beschreibung und jetzt würde ich sagen grüße noch einen zuschauer heute hat es ins video auf jeden fall geschafft die alonja aufgerüstern wollt dann kommentiert einfach übrigens freunde haben über 70 prozent meiner zuschauer nicht den kanal abonniert das könnte ich jetzt noch gerne tun würde mich übel zu porten und leute wie sind kurz vor den 10.000 abonnenten naja ja es fehlt jetzt nicht mehr so viel aber ja können natürlich abonnieren kurz geht raus und ich würde sagen wir starten ein aufhören stopp butterfinger mann du bist zu laut mann was machst du denn ach was ist das ist ein problem was machst du ich tanze laut mama schlafen mann nein der zu laut der schleicht ich muss ich muss weg ich muss weg ich muss weg muss weg muss weg muss weg was was war es ja okay karlow setzt sich hierhin mann ich erzähle dir von dem mann also ich muss erzählen so es war date mittel ich mich mädel und ich habe trapp kinder machen die hatte ich mache und kinder du hast heute kinder ja du machst bist du im boom schakalaka boom schakalaka jammer ja aber du weißt schon ja was was weiß schon können mir doch gönnst du mir ja ich gönn dir jetzt schon mal die hat so einen geilen und dann geilen 40 so geile kirchen so und ist anders geil die heißt einfach also gehst du nur auf kirchen ja gehe ich gehe nur auf kirchen kirchen sind sogar schon jetzt tisch ich muss auch mal los also essen 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 ich brauche kein essen ich habe heute ein date aber du musst mir glückwünschen mann alter sack oder jetzt meine chance meine chance meine chance leute wir werden jetzt wieder zu meiner freundin gehen und niemand kann mich stoppen oder schon der vater das sieht ja nicht so streng also er sieht schon ein bisschen streng aus aber wie gesagt er macht uns sowieso nicht dann würde ich sagen klopfen wir mal kurz hallo hallo ich wollte fragen wir wollten uns doch heute treffen und ich wollte fragen ob sie mit mir gerne rausgehen und wir ein lagerfeuer zusammen machen mit essen ich habe schon alles vorbereitet da vorne für dich und für mich ja okay ich habe noch gesagt Papa er beginnert gemeinsam er darüber zum Campingplatz es ist ein von von dem neue gelabert hast ja okay ja ich mache nichts alles gut wie gesagt ich will nur nix 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 wir machen nichts nein 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 ich bin so nett wenn niemand meine tochter es handelt oder so dann werde ich sehr fies ja okay ja nicht schon nichts passieren ich mache ich bin ganz netter mensch ganz nett viel spaß ok komm mit kommen also hier vorne habe ich halt ein lagerfeuer gebaut und ich habe auch wenig mal alles eingepackt und ich muss noch mal überlegen muss noch mal gucken man du kannst dich hier hinsetzen und dann können wir uns ja küssen so weißt du so mit dem ersten date so weißt du so ich habe wirklich was vergessen aber ich muss meinen trinken zu holen okay ich habe was vergessen ich habe noch was ein geschenk für dich ich komme gleich mal gott leute ich habe was ich habe einen trinken vergessen mein vater hatte wirklich recht man und beim heirats ring leute wir müssen ja heiraten und die tür ist noch offen mann papa ich bin ich komme da ich muss doch kurz was holen ich habe was vergessen ich muss ja ich habe was vergessen trinken und geschenk für freundin wie geschenk was für ein geschenk ja nix geschenke was für ein geschenk was wir trinken was wir trinken denn red bull und so alkohol gibt mir schon mal ich stelle ich so auf die tüte ja okay hier okay dankeschön ja auch den ok 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 ja ich was was ja 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 ich kann euch wieder ich muss noch überlegen was noch fehlt leute ich habe denke ich noch was vergessen jetzt habe ich seine sachen ja ich gehe kurz meine tüte holen die tüte so die tüte so durch die tüte jetzt gehe ich mal raus so ich ich glaube zeit etwas wird zeit glaube ich gesagt oder ja ja irgendwas bezahlt da da ist camping jetzt wirklich ein groß groß für sich und so ja draußen für sich kirschen ja ich glaube jetzt ich ja hallo hallo ja da bin ich wieder hier deine red bull dann tüte hier so alles du wolltest ja so hast du ein rotes stirn fand auf allem meines von direkt geworden weißt du weil es fand so recht recht geworden so und warum ist deine stimme so anders meine stimme ich habe gerade so viel luft luftballons aufgeblasen also dann verändert sich sozusagen die stimme ja ich würde dann sagen wir jetzt mal einkauf sagen da das von ist so ein tomaten einkaufsladen wo wir essen können ach so pizza land ja pizza land ja das soll mir immer hingehen so ein bisschen essen ein bisschen naschen so also auch nicht so ein du hast auch schon einen hunger oder ja ja siehst du kommt jetzt bisschen essen so auf meinen nacken kriegst bist du noch von mir was geliehen oder so ja da immer so ladies first hallo hallo also ich was möchtest du was möchtest du möchtest du einfach ganz normale margarita pizza eine margarita pizza eine tunfisch pizza ok 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 dann gehen wir jetzt essen ok komm da setzt sich hin oder sitze ich nehme mich ja da ist die speise ich glaube unser essen kommt jetzt auch gleich ok dann ich würde dann sagen die sehen uns dann nach dem messen oder ja ja ok ich denke ich bin jetzt mal ready ich habe jetzt wirklich alles da was ich brauche und ich würde sagen ich gehe jetzt mal kurz ronda wo ist mein bruder herz butterfinger weil es mit den sachen rausgegangen okay ich gehe dann auch mal los die leute ist meine chance jetzt können wir sie einfach klären ist der beste tag kinder machen kinder machen kinder machen kinder machen wo ist sie hin hallo hallo ruby ruby wo bist du hin leute ruby ist verschwunden das kann nicht sein man es kann nicht sein man immer stimmt nicht wo ist ruby hin ich wollte doch das hey du da du bist doch der fahrer von ruby weißt du wo ruby ist das haut sie aufgepasst ja habe ich ja ich habe aufgepasst ich finde sie aber nicht mehr 200 vergleichs ok 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 ich denke vielleicht hier beim beim pizza lassen man was ist das hat man sie müssen finden sie findet man ich bin so gefickter vater bis zu hauen mann die stadt ein bruder wir wissen es sei es ja okay hier ein bisschen Salz pizza so schlecht ist ein lecker um die auch gewesen doch jetzt auch schon langsam fertig oder so ein bisschen losgehen ich zahle und dann ja wir gehen an die so viel ja okay komm ich zahle so wie viel kostet das einmal an was teuer wie viel 30 euro 30 euro das ist ja egal sie bekommen dann bitte eine pizza gratis bitte gratis nein nein danke sie können sie behalten wir gehen dann jetzt okay ruby oder wie heißt du ruby murray okay komm so dann wo wohnst du denn wo wohnst du denn so ich wohne hier da vorne bei den lambos ja ja okay komm geh du schon mal vor die sind doch in der kriege mann ich werd ihnen so eine boah boah sie hat so ein mashallah für sich wir müssen verfolgen Leute bleibt mir hinten die werde ich nein kommst du funkel ich komme ich komme ich funkel okay komm okay oh ähm gehen wir dann jetzt mal rein warte oh da die tür so okay komm ja sie hat so ein mashallah für sich ja 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 ich find's ich find's richtig cool dein zimmer also so pink mäßig ist jetzt halt ich meins weißt du pink aber sonst ja alles oh ein großes teddy bear oh der teddy bear ist fast groß wie ich ja ja so sollen wir dann schon mal ins bett oh c3 mashallah für sich ja okay komm wir gehen dann jetzt schon ein bisschen so und so was sollen wir jetzt machen so sollen wir jetzt ein bisschen du weißt schon machen so ja ja c3 mashallah für sich ja okay komm ja ist das geil ist das geil ja leute 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 man das kann nicht sein man die sind einfach reingegangen man ey ich muss jetzt klopfen man müssen aufmachen man warte vater auf man muss nochmal klopfen man ah da ist er ja ähm ja ähm ich wünsche dir rein weil ich hab hier das mädchen gerettet ich hab's gefunden und es ist hier reingegangen habe ich gesehen ey warte du bist doch schon hier drin hä hä nie drin ich bin hier nicht drin stimmt nicht ich war gar nicht drin hä doch nicht gesehen wie du mit meiner tochter reingekommen musst ich verstehe nicht nein jetzt lassen sie mich rein machen lassen sie mich rein man lassen sie mich rein du hast doch ein zwillingsbruder oder ja du bist der zwillingsbruder von ihm wollte mich hier verarschen ne ne ich hab kein zwillingsbruder man äh ich hab keinen mann jetzt lassen sie mich rein ja ich hab doch gesehen hast du schon ne ja ja es gibt keine situation lassen mich rein machen und schließen sie nicht die türmann lassen sie mich rein machen lassen sie mich rein lassen sie mich rein du bist der bruder von ihm also verarschen okay ich hab's doch zweit weg aber guck du mal ich geh schon nicht er ist ein psychos man er lässt sich rein mann oh mein zwillingsbruder mann der kriegt es so zurück mann Leute müssen irgendeinen geheimgang finden mann gibt's hier irgendeinen geheimgang warte mal ich hab da grad was gesehen Leute da ist irgendeinen Schrank oh den können wir öffnen warte oh oh Leute da können wir den Schrank öffnen mann wo geht's hier lang mann oh Leute das beobachten mann was macht der mein Bruder ich hab's Maschallah ist das geil ist das geil ey das kann mann ey das kann mann halt uns verarschen ist das geil wir müssen sofort weg weißt du ihm nie wir müssen hier weg mann wir müssen hier weg mann wir müssen weg mann Leute wir müssen sofort rein mann wir müssen sofort rein mann wir müssen sofort rein mann okay 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 ok wir gehen jetzt faria schleichen uns jetzt in die Türen gucken ob die Tür offen ist vocatiköfe transmangel oh Leute was macht er da du besenकern okay jetzt müssen wir es anschleichen müssen anschleichen oh ich hab grad aus angestoß mann hat das gehört ne hat er nicht jetzt ist unsere chance diesen beginn man ist unsere chance man ich denke ich durch die tür man oder ich höre nichts das ist leise ich bin auch nackt hallo ich bin nackt 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 nicht dass ich muss kurz ist dein vater da ist ein vater da ich glaube dass gerade draußen fägen ja ich gehe jetzt einfach ich gehe ich muss toilette ich muss toilette ich muss einfach toilette was soll die kacke man was wohl die noch machen man da ist die toilette ich kann das nur so antun man das war meine man das war meine kann es nur antun man kann was du antun mann war meine mann ja komm rein ich bin schon bereit komm rein komm rein komm komm näher komm näher wollen wir in die badewanne ich hole einfach den vater mann wenn der vater kommt er wirklich so lange man das ist was passiert man die badewanne läuft aus die badewanne läuft aus ja beste leben ich habe nichts gemacht ich habe nichts habe ich gerade doppelt gesehen was soll die scheiße man was mich betrogen man ich muss jetzt heim und mein bruder schlagen man ist echt ich habe keinen nutz mehr man ich bin traurig die erst bei der gegen spätmann und weidemann weil ich verarscht mein bruder man warte ich bin gut verarscht mein bruder selina 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 ja es trifft wir es heute noch um die auch ganz gerne verkommen ja okay ich komme dann aber sein vater da der mich für mich verscheuert ich ich bin ich glaube kann es auch ja okay gut ich komme dann gegen die riemann nicht der muss ich muss runter mann muss runter weil ich muss runter ich muss gut beobachten bei ihrem fenster man die wirklich die reden ganze zeit mann was reden jeder mann müssen mal kurz dahin und zum fenster noch mal kurz beobachten mann reden die wirklich was soll die scheiße mann okay wir gucken mal kurz ist noch offen mann mal hier rein die städte die städte die versagt niemanden das tun wann kommst du denn ungefähr ja ich komme gleich ich bin durch hier okay ich mache dann alles schon mal ready gut okay verarscht man jetzt nicht verarscht man ich trenne dich schon wieder mann schon wieder so ne scheiße man was von mir machen Leute das war schon wieder mann es sich nicht verarschen auch schon wieder sind wir alle sind wir fünf Untertitelung des ZDF, 2020